Hey Leute, und weiter geht's mit Let's Play Poké Park! Ich weiß gar nicht, was für ein Party, ich glaube es ist Part 16 jetzt mittlerweile. Ja, was haben wir nochmal gemacht? Ähm, oh, ich bin irgendwie Orientierung verloren. Oh, es hat geklopft, ach, wer ist das jetzt wieder? Das gehört jetzt wieder zu den Outtacks, sorry Leute, ich bin gleich wieder da. Mann! Alex! Hi! Was machst du denn hier? Ich bin mal ganz spontan einfach mal vorbeigekommen, 145 Kilometer. Und, ähm, ja, da draußen muss ich dir was ganz Tolles zeigen. Aber wir können rausgehen, jetzt hast du ein Schlüssel für dieses Zimmer. Okay, danke schön. Ähm, erstmal gehst du raus, ne? Okay. Ja, ähm, tschüss, ne? Ja. Tschüss. Ach, du gehst da? So. So. Ah, am Arsch. Ähm. Wow. Kleines Headset. So. Okay, wird schon irgendwie passen. Ah! Nochmal, die Headset-Einstellungen. Ähm, läuft. Ach, zock ich so. Hi Leute! Hier ist euer Nightmares LP. Okay, ist das erste, was jetzt kommt. Erstmal. Ordentliches Intro. Oh, ey! Nein! So. Oh, ey! Oh, ey! Na! Ja! 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 So, also, äh, wie spielt man das, äh, ansprechen? Äh, ja, ist gespielt bis zum Umfallen. Fangspielen. Kannst du knicken, verpiss dich! Okay, ähm, was ist hier? Ja, äh, Feuer? Oder so? Ey, ich kann springen, wie cool! Uh, so machen wir nichts. So, springe ich. So, springe ich. Cool, Volt-Tackle! Ich hab Volt-Tackle drauf, wie cool! Kombo-Move. Okay, ähm, ich kann hier Moves von der Misty keine Ahnung hatte. Ich bin so gut! Was macht das Scheißviech? Ich bin so froh, dass... Ach, das haben wir noch nicht als Freund, okay. Äh, nur von lustigen Pokémon inzwischen können wir... Blah, Hals, Maul! Hm, genau so hätte ich mir einen Poképark vorgestellt. Und, komm, lass uns fangen spielen. Alles klar, komm und fang mich! Okay, dann werde ich dieses Teil immer ordentlich... ...durchnageln! Und da... ...hams! Und der Epic Siegestan! Yay! Wow! Wow! Dieser Rempler hat gesessen! Ich bin Meilen weit geflogen! Ja, ich hätte es gern irgendwie in See oder... ...naja, in Nadeln oder whatever. Ich hab Bären erhalten! Zehn Bären, naja, komm, du kennst du ein bisschen... ...Wutwurzeln. Ist eingetroffen! Döööööööööööööö! Und Scheinuri ist da und viel spielt! Okay, auf zum nächsten. Das haben wir schon als Kumpel. Das habe ich bei ihr schon gesehen. Das haben wir auch schon als Kumpel. Äh, mal ein Paxo. Ja, bring mir große Bär. Du kannst mich mal. Ähm, was läuft nicht hier sonst noch so rum? Muss rennen, muss rennen, muss rennen, muss rennen. Und heiße Sohle, muss rennen, muss rennen. Und die Tabolen ist scheiße. Äh, Dr. Weily, ich werde dich holen. Denn ich bin ein Pokémon-Panflamme. Haben wir das schon? Nein, ich will einen Wettstreit mit dir. Ich möchte stärker werden. Los, lass uns kämpfen. Du kriegst auf die Nase. Okay. Das war epic daneben, okay. Attack! What the... Spüre die Macht, die daneben ging. Feel the pain! Kennst du schon meinen Volt-Hackle? Ich will Volt-Hackle-Leiter. Attack! Bam! Doppel-Damage, cool. Epic Segestanz! Junge, du bist aber stark. Ich hab gehört, starke Pokémon gäbe es. Magmazone, bla bla, braunen Längen, bla bla. Wiedertreffen, bla bla. Ja, jetzt laber mich nicht dicht. Pantflamme ist dein Freund. Pantflamme ist dein Freund. Okay. Auf zum nächsten Pokémon. Was wird es unserer Freundesliste hinzufügen? Da hinten ist dieses bescheuerte Kappel, was da nicht wegkommt. Dann versuchen wir das doch mal irgendwie zu... Finita! Mein Lieblings-Pokémon ab diesem Let's-Play-Teil wegen Sarah. Naja. Gekabor ist schon unser... Ist nicht unser Kumpel. Gekabor ist wohl doch ein bisschen unverstehen von mir, oder? Wie, möchtest du dir fangen spielen? Ja, doch. Mach mir schnell niemand was vor. Ja, sagst du noch. Attention, attention! Attack, 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 attack. In die Poback. So. Siegestorn! Ich hab verloren. Flinkes Gärchen. Lämpfertag haben wir auch nicht. Was nicht weiter. Wieser-Floch. 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 Wir haben Wieser-Floch schon besiegt. Okay. Auf zu den Luturzels, die da waren. Luturzel. 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 Bla, 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 wie wäre es mit einem Kampf? Gerne. Fangen wir an. Das Teil ist so fett, das kann man gar nicht übersehen. Und wie greift das an? Oh. Voltackel. Bam. Oh, komm, steh auf. Ja, ich lass dir auch ne Chance. Nicht! Bam! Wie es fliegt. Sieges-Tanz. Oh, wie süß. Aber, Menge Spaß. Lass uns Freunde werden. Damit sind alle deine Luturzel deine Freunde. Juhu. Jetzt haben wir ganz viele unnütze Pokémon als Freunde. Yay! Das haben wir schon als Freund, oder? Ja. Luturzel. Mal Blutung vom Mundgelehr und meinen ganzen Ex- Bla, bla. Äh, meinen kleinen Wuder kennt es. Das macht uns automatisch zu Freunden. Achso. Ja, wieso nicht? Oh, wenn er unser Kumpel ist. Ich hab Bock. Ach, du kriegst ja wohl sowas von auf die Nase. Was zur Hölle? Das fliegt! Gelitten, du dämliches Scheiß-Teil. Komm runter. Und bam! In die Face. Und wir laufen noch ein bisschen weiter und machen den Siegssatz. Sieht keiner sehen können. Äh, okay. Auf zum nächsten. Ich weiß nicht, dass wir das da als Kumpel haben. Äh. Ach, Mist. Vielleicht eine Runde Fangspielen. Nein. Ich werde alles, jedes Puppen, was ich hier finde, was nicht unser Kumpel ist. Als Kumpel hinzufügen. Haben wir schon. Hat der gerade Pipi gesagt? Nein, der hat Piep gesagt. Äh, lass uns Fangspielen. Kannst du knicken? Nein, das müsste nichts. Ich suche jetzt jedes Pokémon alleine. Ich suche, ich suche. Ich suche und ich suche und ich suche und ich suche und ich suche. Und ich... Äh... Hab hier nichts. Das haben wir schon als Kumpel. Lauf, 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 lauf. Das ist auch schon unser Kumpel. Da lang, da... Ey, das Teil da, das Teil da, das ist... Da, 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 da. Komm, was zur... Achso. Starre. Gucken wir mal. Ah, gucken wir mal, ob das jetzt... Da sind aber viele Freunde. Die vielleicht muss darauf mit dem Fang zu spielen. Lass uns Fangspielen. Ich weiß nicht. Sollen wir... Na, okay, alles klar. Fang. Das wird easy. Hm. Dann wollen wir mal. Da fällt mir ein, ich hab irgendwie Bock auf den Kaffee. Und da fällt mir noch ein, ich trinke gar keinen Kaffee. Und ich hab's. Mann, wie easy war das denn? Das Spiel ist echt viel zu leicht. Naja, ist ja auch Pokémon. Lass mich ja mischen. Spaß mit Fangspielen zu spielen. Machen wir es mal. Ja, lass uns drauf. Da, 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 da. Da ist unser Freund. Das geht in der Marsch vorbei. Haben wir schon... Warte, Sichlor, Sichlor war schon unser Freund, oder? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich muss mal gucken. Wo ist das Teil hingelaufen? Äh, was ist hier? Sichlor. Sichlor. Sichlor! Gucken wir mal. Bist du schon unser Freund? Komm her. Ja. Nach einem starken Gegner. Nee, wer ist mit einem Kaffee? Nee, wir haben nicht schon als Kumpel. Verstehe, Kaffee. Ist auch eine Form von Stärke. Kannst du mal sehen, Frohinchin. Okay, ähm. Voll Tackle. Move. Kann ich mich dabei bewegen? Yeah, kaffee. Das ist nur verdammt schwer, so zu lenken. Also, in jeden Fall sieht das viel eindrucksvoller aus. Tuck! Hoppala. Haben wir dich schon als Kumpel? Ja. Ja. Bla, bla, bla. Also mal ganz ernsthaft. Das interessiert mich sowas von überhaupt nicht. Nein, wirklich nicht. Ich suche mir ein paar Pokémon, mit denen ich noch nicht gekämpft habe oder gefangen habe oder whatever. Oh, irgendwie bin ich schon wieder hier angekommen. Das muss Schicksal sein. Ein Hauch von Schicksal. Dann suche ich mal. Pannflamm habe ich schon. Da, dich nehme ich als Freund. Ich bin mir ziemlich sicher, dich haben wir noch nicht. Äh, über einen Puck, über einen Blatt, 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 über einen Blatt. Ja, ha. Wollen wir einen Unterfang spielen? Gerne. Alles klar, wenn man das ist. Gelitten. Das wird bestimmt auch wieder so easy. Ja, muss rennen, muss rennen, muss rennen, muss rennen, hab dich. Das war viel zu einfach. Also eins ist ziemlich unlogisch. Nach jedem Salto macht Pikachu einen doppelten Rückwirt. jedem Salto. Naja, doppelter Rückwärtsalto und passt immer perfekt auf die Füße. Naja. Ruf mich, wenn schnüffisch, wenn Hilfe brauchen kannst. Ja, ist mein Freund. Halleluja. Wo ist das zweite? Wo kommt das zweite? Naja. Alter. Haben wir als Freund? 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 Dann lauft mal einmal um den ganzen Pokepack herum. In dem ganzen Pokepack herum. Erstmal nicht mehr über die Brücke. Erstmal hier rumgucken. So wie der Samen ist unser Kumpel. Moment. Hier war doch. Hier war doch. Hier war doch. Da! Ich weiß, dass Sarah dich nicht mochte, weil du scheiße aussiehst oder so. Aber der ist wirklich süß. Äh, nur das Verstecken zu spielen dabei. Ja, aber schon, oder? Wollen wir Versteck spielen? Oh, Versteck spielen. Okay. Da geht's auch schon raus. Ich werde mich auf keinen Fall an einem Felsen verstecken. Okay. Wo suchen wir wohl nicht? Und das war es auch dumme, was Sarah gemacht hat. Sie hat nicht zu... Nicht gelesen. Gucken wir mal da. Da ist ein Felsen. Nicht dieser Felsen. Also, ähm... Mal gucken. Kann ich nicht irgendwie wegrennen oder so? Nein. Oh mein Gott, das hat mich jetzt so gefordert. Boah! Unglaublich. Was ist jetzt gerade? Ja, das ist Freunde. Ganz ehrlich. Mogelbaum eigentlich auch hier mit dem Versteckensspiel. Das ist man jetzt. Und jetzt kommt Mogelbaum. Mogelbaum ist erschienen. Er ist eingetroffen. Das dürfte auch nicht so schwer sein, den zu finden. Whatever. Okay. Gucken wir weiter. Nutscht. Das Teil ist schon unser... Roy... Ich spreche es trotzdem mal. Ja. Oh, wie niedlich. Ja, halt mal. In Ordnung. Geben ein anderes Mal. So, laufen wir. Und laufen wir. Und Scheinux hatten wir schon. Was ist das? Ich dachte schon. Haben wir das Teil schon als Freund? Ja, haben wir. Hier ist natürlich gar nichts. Ein Baum. Oh. Noch ein Baum. Oh, ein weißer Baum. Der sieht irgendwie verdächtig aus. Attack! Oh, eine Bäre. 10 Bäre. 10 Bäre. Wie unrealistisch, wenn nur ein Ritter gefallen ist. Wie unrealistisch, wenn nur ein runtergefallen ist.